was eine skillshot schlacht da muss ich mein fenster zu machen yep sad but true das sieht mir auch wieder nach einem geilen kathos zock aus okay we are in the game let's go okay leute wir haben vier wins 44 games vier wins lasst uns daraus fünf games fünf wins machen all right oh mein gott mein team pult mir ja gg mit so war ja sag ich ja habe ich sie call chat oder habe ich sie call ich werde nicht sagen dass ich es gecallt aber war ich habe es gecallt ja die wave muss ich so stehen lassen die ist gut meine bordler wirklich so hart gegangt oh mann die sind so tot wieso kann ich nicht einmal unrecht haben der grom sport in zehn sekunden die hat die krabbe noch nicht gemacht das bedeutet ich kann hier den grom einfach noch mal stehlen war gar nicht so schlecht war on on only on ich sag on 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 lead on wir können enemy bluboff noch invaden die talia sollte botzeit sein die wölfe könnten sogar ab sein wobei ja kill talia kill talia kill talia wir gehen aus base direkt wortzeit ich bin unfassbar stark jetzt schon das wird aber ein spannendes spiel das gegnerische team spielt auf jeden fall besser freundlich hinterher da nicht reinlaufen da steht die irelia ich habe alles andere gefällt ich habe alles andere gefällt schade habe ich miss plate das sieht mir doch schon stark danach aus dass phil wieder das in die hand nehmen muss um dieses spiel ja ist es auf jeden fall auch lauf da mal rein wo wir haben diese hoch genommen krass 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 klassenfahrt nice one sehr gut bot lane sollte einfach pushen das ist besser aber ich krieg den return kill wenn die sich nicht hoch halten mit ihren queues nice one twitch let's go schockgüsel meine damen und herren und damit gg well played schönes ding gute arbeit bitte geh da doch rauf mein junge oh na was ein gamer was ein zock aber die gegner haben immer noch kein drake das ist crazy ich bin jetzt so unfassbar stark ich werde mir jetzt wieder sonja kaufen als nächstes weil die mit nautilus und talia dann easy easy catch auf mir haben looking very good schade das ist ein bisschen sehr früh aber passt die realia geht vielleicht bot lane top lane ist natürlich troll die hätte bot lane anzahlen müssen ich will gleich in diesem patch kam meine ult noch durch kam sie nicht nach oben nicht, ne? Was eine Skillshot-Schlacht, da muss ich mein Fenster zumachen. Yep, sad but true. Okay, es ist ein krasses Game. Ich hab mich jetzt ein bisschen mit in die Schlammschlacht ziehen lassen, aber wir gewinnen die Schlammschlacht durch mich auch, also von daher ich geh hier Thalia töten. Nice. Ich hab dem Rakan einmal gesagt, wie er das Spiel spielen muss und jetzt hat er es direkt adaptieren können und hat direkt sich einfach vor mich gestellt und Skillshots gecovert und alles. Wir müssen mal den Mitte-Turret kriegen, das ist peinlich, dass wir den noch nicht haben. Schlechtes Donjas von mir. Aber wir gewinnen Fight Hard. Da war mir der Rakan ein bisschen zu defensiv, aber es hat noch geklappt. Okay, passt. Das war ganz schön, aber ganz schön Miroslav, ne? Was für einen geilen Kartus du gerade aufzockst. Ich sag ja, Kartus ist sowas von mein Champ, um Games zu carryen. Ist ein bisschen sehr früh hier gerade. Ja, dann dann ulte ich da auch nochmal rein. Kann jetzt nicht upsteppen. Turret hitten. Wie, das Redemption kriegt man nicht mehr ab in Sonjas? Chat, ich war doch Sonjas im Redemption. Ich glaub nur zu Anfangszeiten. Boah, ich mein, ich... Ich dachte echt, äh... Jo, danke dir. Wirft mich einfach rüber. Baut man als Stani-Kartus-Bild mit eigentlich Ryleis. Nope. Also, mein Damage ist wirklich gottlos. Ho, 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 ho! Juhu! Mamacita. Let's go, baby! Fünf Games, fünf Wins. 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 Wins.